Hier an dem runden Ding schneller drehen, hier irgendwo muss das runde Ding sein. Ja, Eilmeldung, Sensation, es hat sich jetzt geklärt, was ist wohl mit der Löschung des Videos von Eva Rosen, zweite Vorsitzende der Partei wir2020.eu am Ende sozusagen. Ja, das Video wurde wohl gelöscht, weil es eben nicht eindeutig war und jetzt ist die Homepage eindeutiger. Da ist zwar ein Foto mit Professor Bhakti mit drauf, aber da steht doch Professor Bhakti irgendwie steht, wir 2020 als politisch unabhängiger Berater in gesundheitlichen Fragen zur Verfügung. Das heißt jetzt aber eben nicht, dass er sich in jeder Sendung eindeutig zu der Partei bekennen wird oder diese Partei empfehlen wird. Jetzt kann man also schwer einschätzen, welchen Einfluss das auf das Wahlverhalten der Wähler haben könnte. Ob er denn jetzt auch wirklich in jeder Sendung dann auftritt als Freund von dieser Partei, wird abzuwarten bleiben. Und dann wird auch bei Bodo Schiffmann nicht gesagt, dass er eindeutig irgendwie Frontmann oder Spitzenkandidat oder Kanzlerkandidat der Partei ist, sondern da wird nur ganz kurz gestreift sozusagen die von Bodo Schiffmann gegründete Partei. Das kann alles und nichts heißen, also von daher sozusagen wissen wir da jetzt nur insofern, dass also dann doch im Moment eindeutig die Basis sozusagen vorne liegt, weil sie hat konkret, auch wenn leider noch das Foto fehlt, ich hoffe es kommt bald, Auf der Homepage finden wir also die Fotos von Dr. Füllmich und Rechtsanwältin Fischer. Und wenn jetzt noch das Foto von Dr. Köhnlein dazu kommt, ist das, und die sich ja wirklich ganz offen zur Partei bekennen, wobei aus meinen persönlichen Kontakten eher hervorgeht, dass sicherlich Dr. Köhnlein wohl keine Ambitionen hat, Kanzler zu werden, angesichts seiner ihn sehr in beschlagnahmenden Praxis. Und Frau Fischer im Moment in solche Richtung wohl offensichtlich auch nicht denkt, jedenfalls. Kann ja noch kommen, kann ja alles noch kommen. Tschüss, Schluck Wasser. Ja, dann war da ein merkwürdiger Kommentar von einem angeblichen Samuel Eckert, aber wie gesagt, wenn so jemand nicht bei uns anruft und das nicht bestätigt wird, ist das wahrscheinlich nur ein Störkommentar irgendeines Extremistenrechts- oder Linkskriminellen oder so. Ja, also auf Hinweis auf dieser, unten der Link unter der Sendung, wenn Sie beim Sender News & Talk sind, dann dürfen Sie nicht direkt antworten, sondern oben steht ein Link, wo die Antworten und Diskussionen zu diesem Post stattfinden, denn aus technischen Gründen werden automatisch alle Antworten unter dem Post gelöscht und alles wird diskutiert auf dem anderen Post und die Sachen werden dann auch dort beachtet und beantwortet. Man muss übrigens auch dann immer das Thema abonnieren, damit man auch mitkriegt, was diskutiert wird. Ja, dann haben wir noch so ein paar Kurznachrichten. Nochmal zum Thema Wohnungsamt. Also mit Hinblick auf die Wohnungsamtreform und auf das Null Obdachlose, also Null Arbeitslose, also die Top-Reformer, Next Scientist for Future, empfehlen ja den Parteien dringend, also in ihr Programm zu schreiben und nämlich Null Arbeitslosigkeit, Null Obdachlosigkeit, echte soziale Politik statt Pseudo-sozialer und Pseudo-linker Politik, echte soziale Politik. Ja, und zum Beispiel kann man das entweder so machen, dass die Wohnungsamter selber eine neue Wohnung vermieten an den Meistbietenden, ja, wenn es zum Beispiel mindestens drei bietende sind sozusagen und der Vermieter bekommt sozusagen dann diesen Mietzins oder einen entsprechenden Vertrag mit dem Wohnungsamt, aber einige Prozent weniger. Übrigens muss dann natürlich streng strafbar sein, wenn da der Vermieter selbst Scheinmieter engagiert sozusagen, um einen hohen Mietzins zu erzielen. Auf jeden Fall werden die Wohnungsbegutachter, die Gutachter des Wohnungsamtes jeweils selber natürlich auch über den Preis mitentscheiden. Ja, und wenn da irgendein Fantasieangebot kommt, dann wird das natürlich nicht beachtet. Also, und der Vermieter kriegt immer einige Prozent weniger, da er ja dann mit der, die da seine Vermieterarbeit ja entfällt und er die sich einsparen kann, weil ja das Wohnungsamt alle Vermieterarbeiten übernimmt, als Hauptmieter sozusagen. Ja, dann haben wir, ja, also wir müssen noch mal klar sagen, die Rolle der Top-Reformer ist nicht, dass da also nur ein Parteiprogramm formuliert wird sozusagen oder so. Und denn das, was die Top-Reformer machen, ist ja Systeme bauen als geistige Handwerkskunst, für die man etwa 40 bis 50 Jahre Wissenschaftserfahrung braucht. Und wer diese braucht, kann dann auch ein Programm, das sozusagen unsere Reformen zusammenfasst, ja gar nicht umsetzen und wird deswegen dann auch nicht gewählt werden von den Wählern, weil die Wähler sagen ja, solange die Top-Reformer nicht bei euch sind, könnt ihr das ja gar nicht realisieren, was in diesen brillanten Reformen drinsteht oder in diesem brillanten Parteiprogramm drinsteht. Und also ist heutzutage eben nur noch mit einer Partnerschaft, also einer Kooperation zwischen Partei und Top-Reformern, den unentgeltlichen Top-Reformern sozusagen, der einzige Weg, der funktionieren kann, denn sozusagen, ich habe es ja in der letzten Sendung erklärt, dass unter Garantie schwerwiegende Fehler gemacht werden bei der Umsetzung der Programmpunkte, wenn nicht 40 bis 50 Jahre Wissenschaftserfahrung da im Hintergrund sind, im Bereich Staatsmanagement, ja. Ja, wenn weniger als drei Bewerber auf eine Wohnung da sind, dann muss der Wohnungsgutachter dann sowieso die angemessene Miete entbitteln. Hat das Wohnungsamt genug Wohnungen erklärtes Anmietungsstopp, das ist dann gleichzeitig letztendlich ja auch Baustopp dann für diese Stadt, denn es macht ja dann keinen Sinn, dass noch weitere Wohnungen gebaut werden, wenn alle Menschen zufrieden sind und in einer Wohnung sind und nicht Anfragen für neue Wohnungen in bestimmten Gegenden. Wenn es solche Anfragen gibt, kann das dann auch entsprechend dort gebaut werden. Schluck Wasser. Aber auch da muss man natürlich wieder entweder hochstrafbewähren, dass da nicht Scheinanfragen gestellt werden oder so. Es müssen richtig Leute dann mit Personalausweis und so weiter sein, die dann auch eine Anmietungsgarantie ausfüllen, ja, und so weiter und entsprechend zahlungskräftig sind. Ja, für Fridays for Future sind wir im Moment zumindest, zumindest vorübergehend weg, nicht mehr erreichbar, ja, also auch wenn, denn im Moment favorisieren wir die neuen Parteien als zu Beratende oder als Kooperationspartner, zumindest angesichts der guten Kontakte, die wir zu allen Parteien haben, außer von den Föderalen haben wir nichts gehört, aber die scheinen sowieso völlig irrelevant zu sein in der Summe, ne. Dann die vorteilbringenden Irrtümer, der Sozialspatler. Ja, ein zentraler Irrtum, den ich auch schon hundertmal angesprochen habe, ist ja dann auch der Sozialspatler. Alle Menschen sind Genies. Deswegen beraten uns quasi die Sozialspatler oder infizieren uns mit ihren Killerviren des Geistes, mit diesen vorteilbringenden Irrtümern. Und wenn wir dann alle glauben, dass alle Menschen alle gleichermaßen Genies seien und alle gleich klug und gleich intelligent und gleich große Gehirne hätten, was einfach in der Evolution völlig unmöglich ist, dann führt das dazu, dass eine Gesellschaft total zerstört wird und Massen an Arbeitslosen und so weiter hat, von denen dann wieder die Sozialspatler profitieren. Also die profitieren, also der Vorteil sozusagen eines vorteilbringenden Irrtüms für die Sozialspatler besteht in einem unmittelbaren Vorteil für die Sozialspatler selber. Und deswegen müssen wir das ja immer zum Thema machen und deswegen uns immer für echte Linke und echte soziale Politik entscheiden, gegen die pseudosozialen Ideen, mit denen die Sozialspatler sozusagen die Gesellschaft infizieren jeweils und infiziert haben. Zum Beispiel ist auch so ein Ding, wo uns die Sozialspatler auch mit vorteilbringenden Irrtümern infiziert haben, nämlich das Thema Zwangsberentung. Meines Wissens wird ja ein Mensch, der gerne weiterarbeiten möchte, in Rente geschickt. Und das hat auch wieder was mit den Gewerkschaften und den Tariflöhnen zu tun. Ja, denn ein älter werdender Mensch müsste jetzt eigentlich vom Stundenlohn her Stück für Stück herabstufbar sein. Wenn das aber die Tarife gar nicht zulassen, es ist klar, dass die Unternehmen auf einer Zwangsberentung bestehen, weil sie dann einen Kostenfaktor wegbekommen. Wäre es aber erlaubt, und wären die Gewerkschaften weg und die Tariflöhne und Mindestlöhne weg, dann könnte das Unternehmen sagen, okay, wir merken, sie werden ein bisschen langsamer. Wir können ihnen jetzt nur noch drei Euro weniger bezahlen und müssen das alle paar Jahre anpassen. Aber wenn sie gerne bei uns weiterarbeiten können, dann freuen wir uns, wenn sie bei uns weiterarbeiten. Aber das verhindert eben die Pseudolinke-Politik von Gewerkschaften und diese tiefunsoziale Politik von Gewerkschaften, Tariflöhnen und Mindestlöhnen, was wir ja schon mehrfach ausführlich erklärt haben. Bitte immer die früheren Sendungen schauen, wenn Fragen auftauchen. Ja, also freiwillige Berentung ist okay. Also freiwilliges Renteneintrittsalter und so weiter ist völlig okay. Aber doch bitte keine Zwangsberentung. Die müssen wir natürlich sofort abschaffen. Das ist höchst unsozial. Ja, übrigens unsere Tresor-Miteinwurf-Methode zum Abnehmen, also im Forum, Weltrat der Weisenforum, Google, also Weltrat der Weisenforum Gesundheitstipps. Da die Tresor, man könnte auch ein Tresor sich zulegen oder herstellen lassen mit einer Zeitschaltuhr, sodass man dann Geld entnimmt, die Geldkarte entnimmt oder Geld entnimmt. Wenn man noch nicht essanfallgefährdet ist oder suchtgefährdet generell ist, dann geht man damit einkaufen und wirft den Rest wieder in den Tresor rein und erst am nächsten Tag öffnet die Zeitschaltuhr wieder für einen Moment den Tresor, sodass man dann also nicht mehr das Geld von Bekannten bekommen muss täglich sozusagen, sondern von der Zeitschaltuhrtechnik. Täglich wird der Tresor einmal zugänglich für den Eigentümer, aber nur einmal für eine bestimmte Zeit. Und sozusagen, ja, man kann das ja auch dann so regulieren, dass der Mensch dann diesen Tresor erst schließt, wenn er wieder nach Hause kommt und nach dem Einkauf nach Hause kommt und dann braucht man noch nicht mal einen Einwurfkanal zu bohren oder so. Dann kann man einfach, der Tresor öffnet sich automatisch zu einer bestimmten Zeitschaltung, die von außen nicht beeinflussbar ist. Die Zeitschaltung muss also innerhalb des Tresors liegen, ja. Und so ist dann so, sobald es dann gefährlich wird und der Mensch in die Situation kommt, oh, jetzt könnte ich mir vielleicht noch was zu essen kaufen, ist der Tresor zu und nicht aufmachbar. Das wäre also auch eine Möglichkeit. Also ich habe ja meine Lösung gefunden, bin ja total zufrieden und nehme jetzt so meine 100 Gramm pro Tag noch weiter ab, aber ich werde sowieso nicht mehr viel abnehmen, weil ich bin, ich habe schon 16 Kilo abgenommen und bin im Bauchumfang unter 94 Zentimeter, was für Männer laut AOK der topgesunde Bereich ist. Und ja, ich mache nur noch ein paar hundert Gramm und dann ist es auch gut. Oder es gibt so eine Technik eines kleinen Geldautomaten für die Tresor mit Einwurfmethode und dieser Geldautomat gibt täglich, was weiß ich, zwei Euro für den Einkauf raus. Und dann müssen wir aber ja noch einen Weg haben, wie das Geld wieder weggeworfen wird, das Restgeld, denn wie gesagt, manchmal werde ich auch mit 50 Cent völlig satt für den Tag. Und sobald ich mehr als 50 Cent ausgeben würde, zum Beispiel eine Dose Erbsen kostet 49 Cent, wenn ich mehr ausgeben würde, würde ich ja zunehmen. Also deswegen, der Rest des Geldes muss ja immer einwerfbar sein, damit er weg ist. So, dann gucken wir mal weiter mit den Kurznachrichten. Warum ist die Asyl- und Flüchtlings- und Migrationspolitik unsozial oder pseudosozial und pseudolinks? Ja, also machen wir uns noch mal klar, wie die Mechanik ist. Wenn wir im Moment haben wir die Impfindustrie und die Testindustrie und die Pharmaindustrie, die uns weltweit regieren und ein gutes Geschäft machen mit ihrem vorteilbringenden Irrtum. Oh, überall sind Killer-Viren und die Welt muss ständig geimpft werden. Das ist ihr vorteilbringender Irrtum, an den sie tatsächlich glauben. Wie gesagt, es mag einzelne kriminelle schwarze Schafe geben, aber die Mehrheit aller Mitarbeiter der Pharmaindustrie und Impfindustrie und Testindustrie wird ihre Irrtümer glauben und im guten Glauben, diesen vorteilbringenden Irrtum sozusagen überall kommunizieren und uns alle damit infizieren und uns in Panik versetzen und so weiter. Und ohne, dass sie sich irgendeiner Schuld bewusst wären. Schluckwasser. Und genauso ist es auch bei allen, die selbst profitieren von dem Thema Asyl, also den Sozialspartlern, die also von Asyl, von der Flüchtlingsgeschichte, von Parallelgesellschaften und Migrationsparallelgesellschaften und so weiter, selber profitieren. Die verbreiten natürlich den vorteilbringenden Irrtum, dass natürlich jeder Asylbewerber unbedingt nach Deutschland kommen müsse, um geschützt zu sein, anstatt in Asylanlagen im Nachbarland ihres Krisengebietes. Und sie haben den vorteilbringenden Irrtum im Kopf, dass es doch toll sei, wenn in Deutschland lauter Parallelgesellschaften von Migranten, von Flüchtlingen und so weiter entstünden. Dem kann ich mich nicht anschließen. Also da wäre ich vorsichtig. Und wenn sich eine Mehrheit zum Beispiel in einer Volksabstimmung dann äußern würde, dass sie sagt, sie wollen null Parallelgesellschaften in Deutschland, sondern wollen gerne die schwarzafrikanische, hübsche medizinische Wissenschaftlerin hier in Deutschland, die Kinder mit Männern ohne Migrationshintergrund hier in die Welt setzt, sodass es zu einer genetischen Befruchtung unseres Genpools kommt, dann freuen wir uns darüber. Aber ein Aufbau von Parallelgesellschaften wird durch alle möglichen Verträge und Einwanderungsverträge und so weiter grundsätzlich unterbunden. Und wir kaufen dann, wenn das ein Volksentscheid bestätigen würde, wenn das gewünscht sei, können wir mit dem Wirtschaftswunder, das die Next Scientist for Future erzeugen, allen Parallelgesellschaftsmitgliedern ihre Staatsbürgerschaften wieder großzügig abkaufen, sodass sie dann auswandern und wir dieses Problem dann gelöst haben. Das habe ich ja schon oft beschrieben. Gut, dann haben wir noch die Kurznachricht. Eine 106-Jährige wurde berichtet, immerhin von Gmx-News sozusagen. Ja, also da wurden eigentlich sehr verräterische Sendungen oder Berichte gebracht. Eine 106-Jährige mit gutem Allgemeinzustand überlebt Corona und überlebt es sogar die Kliniksbehandlung, was ja schon mal in vielen Fällen schwierig ist, die Kliniksbehandlung zu überleben und so weiter. Aber wenn sogar 106-Jährige das überleben können, wo ist dann bitteschön ein Killer-Virus? Und dann wurde noch eine 97-Jährige genannt, die das überlebt hat und sogar die Kliniksbehandlung überlebt hat. Wo ist dann bitteschön da ein Killer-Virus? Ja, oder hier die Aussage, eine der Ältesten, diese Dame mit den 106 ist eine der Ältesten, die in den Oberhavel-Kliniken genesen seien. Eine der Ältesten. Also es gibt dann so ein paar ungefähr 106-Jährige, die genesen sind. Und wo soll dann bitteschön ein Killer-Virus sein? Ja, ich meine, es ist ganz klar, wenn ein Mensch aufgrund unserer kranken Gesellschaft, also noch nicht durch uns reformierten Gesellschaft sozusagen, sich todkrank gegessen oder gelebt hat, und durch den Feinstaub schwer krank geworden ist, der Feinstaub, der wohl also die Hauptumweltgiftursache ist, die uns tötet sozusagen, und schwer krank macht und lungenkrank macht. Also wenn dann, da gab es nämlich auch irgendwie einen Bericht oder eine Sendung oder was auch immer, dann ist es eben so, dass es nur eine Rettung für diese Leute gibt, eine Reformierung durch uns und die neuen Parteien und den neuen möglichen Kanzler, Kanzlerin. Also sozusagen mehrere Superalte, wenn mehrere Superalte das überleben, dann bitteschön, wo ist dann welches Killer-Virus? Ja, also ich kann da nichts erkennen. Ja, und dann auch bei GMX wieder, die Demo wird weiterhin heftigst als Krawalldemo dargestellt. Ja, ich habe ja schon oft gesagt, dass die Demonstranten sich völlig falsch verhalten. Aus Rücksichtnahme auf die Angst der anderen und Angst kann die anderen ja auch schädigen und deren Immunsystem schwächen. Allein aus Rücksicht vor der Angst, die die anderen haben und auch die vielleicht bei einigen Polizisten dann ausgelöst wird und die dann aufgrund, wobei dann die Polizisten aufgrund von Angst dann zuschlagen und so weiter. Von daher ist es völlig unvernünftig, meine Empfehlung, wenn dann Demo, an die ich sowieso nicht glaube. Also ich glaube an, Demos sind wertlos, sind Zeitvergeudung meiner Einschätzung nach. Aber okay, wenn jemand doch an die Demos glaubt, dann, also die gleiche Energie, die für Demos verwendet wird, für die Parteien verwendet und für uns als Reformer, als Partner der Parteien oder als Kooperationspartner der Parteien, die gleiche Energie dafür verwendet, würde zehnmal so viel bringen, weil wir dann nämlich die Wahl gewinnen würden und so weiter und die Demos lenken eigentlich nur davon ab. Aber na gut, wenn man also wirklich glaubt, dass Demos was bringen, dann aber bitte wenigstens Alibi-Mistmaske tragen, also eine gut luftdurchlässige Alibi-Maske, muss ja nicht jeder sofort sehen und dann immer schön zwei Meter Abstand und alles andere Verhalten ist wirklich ein Unding. Ja, das macht anderen Menschen Angst, schwächt deren Immunsystem und macht sie damit tatsächlich anfälliger für Grippe oder auch für ein eben Nicht-Killer-Virus-Corona. Also das darf nicht sinnvoll sein und es ist doch ganz klar, mit dem Demoverhalten macht man alles kaputt, denn das die Darstellung dann noch übertreibt, ist doch klar, das wissen wir doch, dass das immer geschieht und wie kann man sich dann so unvernünftig verhalten auf den Demos. Ja, übrigens, da sieht man, dass unser Bundesgesundheitsminister Spahn offensichtlich keinen bösen Plan im Kopf hat, also kein Verschwörer ist. Also nochmal Absage an alle Verschwörungstheoretiker, denn Spahn selbst schadet dem Drama, also der Angstmache. Er sagt nämlich, zur Not soll auch positiv getestetes Personal arbeiten, zum Beispiel auf den Intensivstationen und damit, wenn er das Ganze mehr dramatisieren wollte, weil er einen bösen Plan hatte, hätte er das nie gesagt, weil er dann sagen würde, ja, um meinen bösen Plan zu verfolgen, nämlich unbedingt die Impfung zu verkaufen, muss ich jetzt sozusagen darauf bestehen, dass alle positiv Getesteten vom Personal sozusagen zwangsweise in Quarantäne geschickt werden, damit ein künstlicher Engpass bei den Betten entstehen muss. Also er hat offensichtlich keinen bösen Plan, sonst würde er jetzt nicht diesem bösen Plan, schadet er nämlich mit dem, was er da gesagt hat. Also er hat keinen bösen Plan, er ist kein Verschwörer, er hat einfach nur den vorteilbringenden Irrtum der Impf- und Test- und Pharmaindustrie übernommen, ungeprüft, unkritisch, weil er das für den Mainstream der Medizin hält und ja, und es ist ja letztendlich auch der Mainstream der Medizin, aber er hat den Fehler gemacht, natürlich nicht die kritischen Experten zu hören, die viel wertvoller sind als der Mainstream sind, weil sie ja durch ihre Kritik nicht verdienen, während die, die die Mainstream-Meinung vertreten in der Medizin, die verdienen ja dann an dem Verkauf der Impfung mit, indem sie sie durchführen und so weiter. Ja, die USA, in den USA sterben nach wie vor nur 10% von den täglichen, sowieso 10.000 Toten in den USA, also nochmal ganz klar, in 250 Tagen sterben in den USA 2,5 Millionen und Menschen ganz normal und 250.000 angebliche Corona-Tote gibt es in den USA, also kein Grund zur Besorgnis, kein Hinweis für ein Killer-Virus, denn wenn wir uns klar machen, 2,5 Millionen und maximal ist ja dann eine Abweichung möglich auf 2,75 Millionen, sowas ist statistisch überhaupt nicht beunruhigend und kein Grund für irgendwelche Maßnahmen oder Lockdowns. Ja, wenn man mal 50% mehr hätte, könnte man ja über Maßnahmen wirklich nachdenken, aber quasi wegen, statt 10.000 Leute pro Tag, die normal in den USA sterben, mal eventuell 11.000 pro Tag, wobei ja gar nicht gesagt ist, als ob nicht die 1.000 pro Tag drin sind in den 10.000 und wenn sie drin sind enthalten in den 10.000, dann ist sowieso überhaupt kein Grund für Maßnahmen. Also ich verweise auf Weißrussland und Schweden und so weiter. Also das Thema ist durch. Es geht jetzt nur noch darum, Deutschland so zu reformieren, dass Schweinegrippe und Corona einfach nie wieder vorkommen können und das können nur die nextscientistsforfuture.de. Oben übrigens auf der Homepage finden Sie nach 5 cm den ersten Link und da finden Sie immer den neuesten Stand der Wahlkampfentwicklung. Ja, ein italienischer Kliniksdirektor verrät auch die Wahrheit, nämlich, dass zu viele Menschen mit leichten Corona-Symptomen ins Krankenhaus kämen, statt sich zu Hause auszukurieren. Also noch einmal totale Bestätigung. Nix, nix mit sozusagen, nix mit Killer-Virus, denn die Leute werden durch die Panikmache ins Krankenhaus getrieben und dort und da die Ärzte auch in Panik sind, denn die Panikmache geht ja an den Ärzten selber ja auch nicht spurlos vorbei. Die sind ja gewöhnt, die vorteilbringenden Irrtümer der Industrie zu übernehmen sozusagen. Also sind die Ärzte auch in Panik und das führt dann zu leichtfertiger Belegung der Intensivbetten und der Beatmungsmaschinen und so weiter. Und deswegen erzeugt die Panikmache selbst überzeugt die von ihr prophezeite Ärzte Engpass-Situation in Kliniken und nicht das Virus selber. Denn die Panikmache alleine reicht mittlerweile schon, die künstlich die Kliniküberlastung zu erzeugen, weswegen wir ja vorgeschlagen haben, dass durch über alle Kliniksbelegungen vereidigte Biologen, neutrale Biologen entscheiden sollen, weil eben das Personal so voll von dieser Panik ist, weil sie die vorteilbringenden Irrtümer alle ungeprüft glauben, dass es da zur künstlichen Erzeugung von Engpässen kommt. Schluck Wasser. Von Kliniksengpässen. Ja, also man merkt, die Nachrichten verraten eigentlich die Wahrheit. Also da sickert, jeder vernünftige Mensch kann eigentlich anhand dieser Nachrichten erkennen, dass da gar nichts los ist. Und trotzdem ist dann die Überschrift irgendwie in Italien, Drama in Italien oder so ähnlich. Irgend so was. Also wie sollte denn bitte bei so viel Panikmache das Ärzteverhalten unbeeinflusst sein, wenn doch Ärzte sowieso zum Übertreiben von Gefahren neigen, also zu vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern grundsätzlich neigen als Bestandteil des Geschäftsmodells ihrer Zunft, ihrer Sparte, der Gesundheitssparte. Ja, alle Begründung für die Maßnahmen ist das panikverursachte Verhalten selber. Also ein Kreislauf der Selbstbestätigung läuft da. Und mehr nicht. Also das war's wieder mit dieser kurzen Eilmeldung und den entsprechenden Kurznachrichten. Jetzt gehe ich nochmal kurz zu der Titelschrift sozusagen. Hier haben wir es. Die wissenschaftliche, ja, Kanzler News zu Sucharit Bhakti, das haben wir abgedeckt, zu Klaus Köhnlein. Das Foto fehlt immer noch. Wir haben drüber gesprochen, dass Herr Dr. Köhnlein und Frau Fischer wohl im Moment nicht an eine Kanzlerschaft denken. Vielleicht später, wer weiß. Bei den anderen weiß ich nichts. Und bei Bodo Schiffmann wissen wir immer noch nicht, zu welcher Partei er sich nun bekennt am Ende oder gar nicht. Und wo er wirklich als Frontmann auftritt. Und im Moment ist er ja absorbiert durch seine Tour. Die, glaube ich, der Sache tendenziell eher insgesamt schadet. Denn es bildet sich unheimlich viel Hass gegen Dr. Schiffmann im Moment in der Gesellschaft. Und unheimlich viel Ablehnung. Und unheimlich viel Ablehnung über das unvernünftige Verhalten der Demonstranten. Denn sie tragen ja noch nicht mal eine Alibi-Maske. Und sie halten nicht ständig die zwei Meter Abstand ein. Und verhalten sich damit gegenüber der Angst der Mitmenschen. Wirklich unverantwortlich, weil sie den anderen Menschen Angst machen, was deren Immunsystem schwächt. Und da würde ich mir mehr Rücksichtnahme wünschen. Und verhalte mich auch entsprechend selbstverständlich. Schluck Wasser. Ja, und ob Eva Rosen als einzige echte Promi bei Wir2020 EU ausreichen wird, da habe ich große Bedenken. Da hat sie ja wohl keine Chance gegen Rainer Dr. Füllmich und Rechtsanwältin Fischer und Dr. Kühnlein. Ein hervorragender Arzt, ja, dem ich auch meinen hohe Anerkennung. Und ich habe ihn eingeladen, auch bei den Next Scientists for Future und dem Weltrat Mitglied zu werden. Er wird sich entsprechend melden, wenn er das dann möchte. Aber ich habe ihm noch mal erklärt, dass wir ihn auch als einen dieser Spitzenärzte schätzen, die wir gerne bei uns auch begrüßen würden. Ja, also die Kanzlerfrage immer noch unklar. Es ist immer noch ein bisschen unklar. Und es ist immer noch sozusagen, jetzt steht an, dass es auch dann eben bald zu einer offenen Partnerschaft mit uns kommt, sodass dann unsere 56 Prozent auch greifen können sozusagen in der Akzeptanz der Wähler sozusagen. Denn allein schon die Aussage, wir haben die Leute, die in einer simulierten Bundestagswahl 56 Prozent der Wähler begeistern konnten regelrecht, die haben wir als unsere externen Reformer an unserer Seite. Zumindest jetzt mal die nächste Zeit, bis sich zeigt, ob wir den Durchbruch schaffen zur Großpartei und zur großen öffentlichen Diskussion oder eben dann nicht. Also wir würden uns also quasi als externe Reformer immer für vielleicht ein paar Wochen fest an eine Partei eventuell binden und verpflichten. Und wenn sie dann den Durchbruch schafft in die große öffentliche Mediendiskussion oder wenn eine Sendung mit einem Millionen Klicks nach der anderen im Internetfernsehen läuft und wir gute Hoffnung haben, dass das zum Erfolg führen wird, dann bleiben wir natürlich bei dieser Partei. Wenn nicht, wechseln wir zu der Partei, die im Moment größere Erfolgsaussichten verspricht. Also quasi alle Parteien haben die Erlaubnis, unser Programm zu verwenden, unsere Programmpunkte zu verwenden und auch darauf hinzuweisen, dass die durch uns inspiriert sind. Aber nur eine Partei wird sagen dürfen, wir haben als Partner, steht an unserer Seite, stehen die Top-Reformer zur Verfügung und würden dann auch die Reformen so umsetzen, wie wir es ja selber natürlich nicht könnten. Denn uns fehlen natürlich diese 40 bis 50 Jahre Wissenschaftserfahrung im Bereich Staatsmanagement und wir könnten diese Reformen gar nicht kompetent umsetzen. Und denn jede Reform muss an die reale Situation immer fein adaptiert werden und später noch fein nachjustiert werden und fein korrigiert werden. Und das kann man nicht ohne 40 bis 50 Jahre Wissenschaftserfahrung. Ja, das war es doch mit dieser kurzen Eilmeldung und Sondersendung. Tschüssi, bis bald!